Alter, die nächste Story, die kannst du dir einfach nicht ausdenken und ich muss so lachen. Das ist so krass. Aber lass ruhig noch ein Abo da. Und zwar geht's um diese Schuhe. Das sind jetzt die neuen Patrioten-Schuhe der Haft. Ihr möchtet euch gar nicht ernst bleiben. So, die Patrioten, mal davon abgesehen, dass sie jetzt eine dieser bösen amerikanischen Marken tragen. Ich kann nicht ernst bleiben, sorry. Für jeden Schuh, den die AfD-Wähler kaufen, fließt Geld in die Unterstützung der LGBTQ-Bewegung gegen Rassismus und für mehr Geschlechtervielfalt. Bitte, liebe AfD-Wähler, kauft so viele Schuhe wie möglich. Und das Witzige ist, selbst die AfD-Politiker machen Werbung dafür. Ich kann das nicht mehr. Das ist witzig. Und Nike bemüht sich übrigens auch für einen grünen Fußabdruck und 0-CO2-Wert. Ihr bezahlt das alles. Ihr bezahlt alles, worüber ihr meckert gerade mit diesen Schuhen. Bitte, liebe AfD-Wähler, kauft so viele davon, wie ihr könnt. Und ich kann das nicht mehrому, wie ihr könnt. Das ist ja, wie ihr seid. Ich kann das nicht mehrㅂ, wie ihr könnt. Ich kann das nicht mehr跟大家 sagen.